herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge seven days to die ich bin es der danger seeker und heute wollen wir noch ein paar quests erfüllen und nebenbei noch ein paar schmieden aufstellen und noch die werkbank das sollte irgendwie doch alles hier noch so hin passen Oh Junkie was ist da los? Oh eine Wanderhorde! Oh shit! Okay, let's go! Oh Junkie, Alter, die gibt's hier! Wow! Die gibt's hier wirklich Gas! Das gefällt mir! Das ist mir auch noch, dass ich mir ruhig So, nochmal Pause Junkie Warum klappt ihr dagegen? Kommt doch da hoch! Oh shit! Naja, zum Blutmund werden die noch einige schneller sein. Oh Junge, wie hängst du denn da? Oh big boy, hat das weh getan? Oh, ist der ganz frustriert, muss der gegenhauen Nutschock! Oh, Mist! Nutschock! Oh, Mist! Oh, komm her! Das finde ich schön! Ja, komm her! Das finde ich schön! Ja, so kann eine Aufnahme natürlich wie die Mindergander wurde. Komm her, Junge! Komm her, Junge! Ich muss nichts verführen! Ohhhhhhh! Ja, ich kann nichts verführen! Ja, ich kann nichts verführen! Kommt her, traut euch. Oh, nun ist Junkie alle. Ach guck mal, sogar er kommt da hoch. Nein. Ja, hast den ganzen Weg umsonst dich hochgequält. Nein. 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 Gips. Die kommen noch. Die kommen noch. Nice. Wo sind die Tollz hin? Oh. Habe ich schon wieder keins? Dann die Werkbank. Warum kann ich die nicht craften? So. so weil ich in der schmiede drin war deswegen oh man so das kann auch der rein ja so wie lange braucht die bergmann noch ja noch gute zwei minuten müssen wir aushalten ich kann ja in der zwischenzeit schon mal das auto auseinander nehmen entschuldigung muss ich aber auch noch üben leben und eisen wir müssen ja auch mal eine schöne mine finden hier packen wir da erstmal rein das war ruhig bergmann ist fertig gut dann können wir nach und nach die sachen von jura aus erstmal hier noch die autos aus und Was ist das? So, ich werde das mal vertreten. kein fahrrad kaufen aber wenn wir die quest weitermachen bekommen das ja auch noch das ist aber auch ein unterschied stahlknüppel die sick fordivormagnum kann ich mir kaufen nicht lang oder die deshalb war es ist alles weit weg das soll ich mal loswerden eigentlich bist du voll in ordnung eigentlich wo recht hat er recht wir verbrennen tageslicht das ist ja sehr schlau aber immerhin was zu trinken doch haben wir nicht komplett ausgeräumt guck mal bringe ich denn hier 10 10 dann füllen wir das mit ein paar davon das heißt für junkie junkie braucht ja futter das ist wichtig und das wird echt Zeit für ein vehicle ich habe meine feine weggepackt schiert wo hätte ich gedacht dass ich die treffe geschweige denn töte das sieht interessant aus ich habe mich zuerst erwischt so eine abholquest ich habe keinen fein im bow so ein scheiß shit zwei headshots baby so müssen auf jeden fall nach oben gut und was haben wir hier knüppeln und schläge nutzen sich 20 prozent langsamer und wow noch einen Money Haufen also langsam aber sicher glaube ich wie kommen wir denn hier weiter glaube ich dass wir uns einen Crossbow holen sollten also die Bolzen finden hä oh wo kann man denn dahin noch höher irgendwie hoch geht noch höher das ist das hier das hat sich nicht gut angehört auch klopf klopf nicht noch höher noch höher noch höher Pfff! Aha! Oh, hier schon mal! Was haben wir hier? Bären! Ja, mehr Schaden an Bären! Das ist gut! Bisher sind wir zum Glück noch keiner begegnet. Kann ich die mitnehmen? Oh ja! Nice! Nimm mir mit! Die hier auch! Wow! Alle Kerzen her! Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Oh shit! Pfff! Okay! Anscheinend nichts! War hier noch irgendwo was? Oh! Nochmal Muni! Oh! Oh! Shit! Shit! Na ja, zum Glück haben wir genügend Dietrich hier dabei gehabt. Entschuldigung, das ist auch ein POI. Da möchte ich auch keine Quest drin machen. Oh! Huh! Oh! Ja ja! Das Wander macht schon Spaß! Pfff! Das Wander macht schon Spaß! Oh, hier muss ich doch rein! Jo! Ich bin wieder da! Hey, Junge! Oh! Kräftige Angriffe gegen Beine, langsamen Gegner. Oh, Leute, da muss ich nicht lange überlegen. Endlich haben wir das Fahrrad. Oh, sogar noch mehr. Was nehmen wir denn da noch? Nehmen wir noch die Kohle. So. Aber heute nicht mehr, Yu. Das machen wir in der nächsten Folge. Mit dem Radchen. Oh, ein blaues. Sehr schön. Wow, ich sehe auch stylisch aus. Oh, ja. Home, sweet home. Oh, das ist ein Schlafsack. Fällt mir ein, wir müssen noch ein Schlafsack hier setzen. Am besten da hin. Schlafsack. Ne. Fehlt eine Pflanze und Wasser. Schiert. Oh, und ich hätte Yu noch Sachen verticken können. Naja. Ja. Die haben wir da auch gut gebraucht. Oh. Nein. Nein. So, ja, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, ein Kommentar oder ein Abo. Darüber würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.